So, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us Remastered Yo, im letzten Part haben wir in der Universität in Colorado, ja, keine Pfeifeleiß gefunden Wir wurden angegriffen, wurden sind abgehauen Joel hatte den Unfall, jetzt sind wir at Ellie, wir müssen jagen gehen Bisschen Jagd-Action machen hier und einen Hirsch jagen Deswegen sind wir ja im Wald hier unterwegs mit Bogen Aber wir sind jetzt, wir haben keine Anzeige für Munition oder sowas Das heißt, wir dürfen so oft schießen, wie wir wollen Ich muss nochmal schauen, wo er ist gerade wieder Wo er, sie, es ist, keine Ahnung, ich weiß es gerade nicht Da vorne, okay, alles klar Okay, wir müssen erstmal hinterherlaufen Und ihr seht ja schon, Alter, echt krass viel Blut, ey Wir haben ihn schon zweimal getroffen, gerade eben Ich sehe ihn noch nicht, aber es zeigt da hinten an Also müssen wir nicht mehr so weit laufen, glaube ich Das ist echt noch ein ganzes Stück von Boah, meine Fresse, wir müssen so weit laufen, ey So, das ist da oben, aber Ich kann nur hier links laufen Was ist das für eine Scheiße Was ist das denn für eine Kacke Aber wir folgen eh der Spur, hier seht ihr ja selbst Und ja, knack, 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 scheiß drauf Okay, der geht's hoch, alles klar Vielleicht erlegen wir den jetzt, ja Wir müssen echt aufpassen Ab jetzt ist das Ding noch weg, also Wer hat ihn gesehen? Ich habe ihn noch nicht gesehen Okay, wo ist er denn jetzt? Okay Er ist hier weitergelaufen Und da rüber gejumpt, okay Er ist immer noch nicht zu sehen, aber Ich glaube, wir kommen der Sache auf jeden Fall näher Alter, der hat ja viel Blut verloren, ey Ei, 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 ei So weit kann er nicht mehr sein Tja, das wüsste ich auch gern Das ist eine gute Frage Vor allen Dingen, wo ist der Herrsch? So Toll Alles ist okay Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort Alles ist okay Ganz gewöhnlicher Ort Er ist tot Woran liegt er doch? Wo liegt er doch? Wer ist da? Komm raus! Hallo Wir wollen nur reden Eine falsche Bewegung und das hier geht ganz böse ins Auge Das gilt auch für dich, Sportsfreund Was wollt ihr? Ähm, ich bin David Das hier ist mein Freund James Wir sind eine sehr große Gruppe Frauen, Kinder Und wir haben alle großen Hunger Wie bei mir Frauen und Kinder Und alle haben viel Hunger Tja Vielleicht können wir dir Dir was für das Fleisch da geben Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja Im Lager Du kannst mit uns kommen und Ich gehe nirgendwo mit euch hin Dein schweigsamer Freund Da kann sie holen Wenn er damit wiederkommt Gehört das Fleisch euch Wenn jemand anders kommt Dann geht das ganz böse ins Auge Genau Zwei Flaschen Penicillin und ne Spritze Und beeil dich Geh schon Das Gewehr nehme ich Na klar Jetzt zurück Das wird ein bisschen dauern Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit Na also Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein Ich mag's wenn ich allein bin Verstehe Ähm Wie heißt du? Warum? Okay Ich verstehe Es ist nicht leicht Ein paar Fremden zu vertrauen Und Und der Verletzte Du machst dir große Sorgen Es wird bestimmt alles gut Vielleicht Du hast noch ne Waffe? Sorry Okay Ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück Nein Du hast eine Pistole Ich hoffe du kannst damit umgehen Ist nicht mein erstes Mal Oh Gott Und wir kriegen Neues Gewehr Jagdgewehr Ich würde gerne Munition finden Oder sowas Oh vor allem liegt der Medikit einfach rum ey Kranke Scheiße Ich glaube die kommen ja gleich rein Vor allen Dingen Geh weg Lass das Scheiß Ja jeder Schuss muss sitzen Und du triffst nicht du Vogel ey Wer trifft ich? So Hä? So Aufpassen Okay das ist Ein bisschen problematisch Weil wir halt Nicht die Stärke von Joel jetzt gerade haben Aber du gehst hier nicht rein Du bleibst draußen Du hast recht Du kannst mit dem Ding besser schießen als ich Ich weiß Bin auch gut Inzwischen Hilf mir mal So weiter 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 Na los na los Geh weg Gammeliges Ding Okay wir sollten eventuell nichts so machen So Geh mal kurz sterben Okay das war's für dich Brauch auf jeden Fall Munition Denn sonst wäre das eine Problematik Nachher noch hier Denn es geht noch viel viel weiter Als das Das wir jetzt gesehen haben schon Na klasse ey So Du musst sogar ab und zu mal warten So Dankeschön Ja tötet ihn doch Mensch Meine Fresse Das muss ich alleine machen So Nächster weg Das Gute ist Der gibt mir Munition Dadurch kann ich im Prinzip Draufballern So viel ich will Geh weg vom Fenster Ja Toll Das war mein Problem Ich hätte gerne Munition Du Arsch Ey ich krieg keine Munition Das ist ja nett So Hier liegt noch ein Messer Mein Messer wieder Ja mit einem Schuss Komm hier nicht weit Ja echt scheiß Teile ey So Ich hätte gerne Munition Munition Nein keine Klasse Da wird so Mach auf da Ach du Weißt du wo es lang geht Heiße Na toll Na da liegt was So ein Glück Alles frei Ich hätte gerne Munition Das wäre mir viel wichtiger Als jetzt als andere Vor allem Alter Normalerweise bin ich hier immer gestorben Das ist jetzt nicht hier Wie gesagt Es geht noch ein ganzes Stück weiter Ey die hören sich so behindert an ey So Mein Oh Gott Ey Ja klasse Ich hab nicht getroffen Was ist das denn Aber ich treff nicht Was ist das denn Toll Das hab ich falsch getroffen Ich treff die ganze Zeit Aber ich treff nicht die richtigen Oh jetzt ist der Tod endlich Ja ich hab gar keine Munition mehr Gut Ich hab keine Munition mehr Schöne Situation Wir werden ein Problem bekommen Wir werden ein Ich darf Ein sehr großes Problem bekommen Weil wenn das so weiter geht Ja Schön Wie der Schuss muss sitzen Das ist das Problem Ich muss den Kopf treffen Ist egal was passiert Ja klasse So auf jeden Fall nicht So auf jeden Fall wieder nicht Oh Oh ich treff nicht Ja es läuft noch schlechter als wohin So Aufpassen Ja Ja Ellie Du liegst mal natürlich zu langsam nach Danke Okay jetzt kriegen wir ein Problem Das ist eine sehr dumme Situation Vor allen Dingen Es ist ja noch nicht mehr alles hier Es geht noch viel weiter als das hier Und Ich würde gerne ihn töten So jetzt hab ich den endlich erledigt Meine Fresse Zwei Schüsse hab ich gebraucht Aufpassen Oh Nein Leck mich Das war klar Wieder mal Boah Come on ey Weil wir jetzt auch keine Munition haben Ist es natürlich sogar ein bisschen noch beschissen als wohin Na komm Bleib stehen Bleib stehen Digga Bleib stehen Ah cool Ich hab mich getroffen Okay Wir sollten uns auf jeden Fall irgendwas anderes überlegen So kommen wir auf jeden Fall nicht weiter Ähm Okay Sonst wäre das eine sehr eklige Situation jetzt hier noch Herr Wolling Warum muss ich Hä Das ergibt keinen Sinn Okay Ich kann doch auch ne Ich kann auch aber Ja Das Ding hat mich gehört Das ist doch nicht wahr Ey jetzt Oh So jetzt holen wir die ganzen Felsen Die wir jetzt ein paar nicht hatten So wir können gar nichts machen hier gerade Das ist eine sehr Scheiß Situation gerade Ähm Vor allem schwankt auch nicht so rum da Ja Ich hab nicht getroffen Ich hab wieder nicht Ich hab getroffen Ich hab getroffen Er ist tot sogar Okay Jemand soll treffen Können Rücken Rein net Ich schieße dir Zwischen die Beine Du Arsch Okay Er ist tot Aber hat er Munition Er hat Munition hinterlassen Gut Jetzt lad bitte nach Wir könnten eventuell Ein bisschen Ist halt die Frage Auf wie viele noch leben Ne Zwei Stück Zwei Stück Sehe ich noch da Und der ist down So Und du jetzt auch Okay Wir haben alle Gut Meine Fresse Das ist eine sehr Naja Es ist halt scheiße Manchmal Wow Es geht abwärts Ich glaube Dass das aber auch noch nicht Alles war hier Mal schauen Man kann aber auch kaum was sehen Weil sie nicht so eine Reichweite hat Wie Joel Halt mit dem Ding Aber naja So ist das Gut Oh Leck mich Okay Alles klar Da bist du ja Komm schon Da ist die Tür Lacht doch mal nach Bitte Danke Sonst kommen wir ja nicht weiter Das war knapp Wir müssen da hoch Ich brauche eine Leiter Ja Mit der Leiter sollte es gehen Helf mir mal da hoch Denn Hier Komm her Hilf mir rauf Voll der Joel Ersatz gerade Voll der Schlappschwanz Sieht voll kacke aus Ist voll das Arschgesicht Vor allen Dingen Tauchen da noch mehr auf Meine ich Geh noch ab hier Beeil dich Und halte nach ihnen Ausschau Schon klar So Mal gucken Und da läuft echt noch einer Ich muss echt aufpassen Und da läuft noch einer Wow Von den Piechern rumlaufen Ey Wow Okay Da habe ich falsch reagiert Gerade Muss ich sagen Ich habe Ich habe wirklich Dreieck gedrückt Aber anscheinend zu spät Wow Können wir nicht mal was machen hier Nein Nein Immer noch nicht Ich weiß Komm her Helf mir mal lieber Komm her Hilf mir rauf Komm vorabgerutscht Ey Okay Fertig Dann los So Hoppala Lass mich hoch da Lass mich hoch Lass mich hoch da Beeil dich Und halte nach ihnen Ausschau Schon klar Jo Wir wissen dass da vorne In der Einkerbung Die ich jetzt irgendwie nicht mehr sehe Da vorne Okay Hast du gefunden Dass da einer steht Den wir eventuell töten sollten Weil sonst Wir da nicht reinkommen Weil es bestimmt irgendwas drin Und das ist eine klasse Situation für mich Ja Ich wirf den Stein jetzt auf dich Ja Warum Oh Ich bin so unglaublich oft schon gestorben in dem Party Oh man Danke Das ist nett Helf mir da hoch Mal wieder Mal wieder Ein drittes Mal Weil wir hier runter gefallen sind Mal wieder Wir müssen da hoch Okay Nochmal bitte Ich will doch nur hier durchlaufen Schon klar Jetzt will ich noch hier durch Das ist mir scheißegal Jetzt gehen wir den Typen Scheißegal wie Hab gehört Scheißegal wie Ich töte ihn jetzt Warte Wir schmeißen mir den Stein dagegen Kommt mal raus Er kommt nicht raus Okay Wir warten bis er hier ist Halt die Schnauze Nichts Voll die Party Voll die Party hier So Meine Fresse Jetzt können wir mal weiter hier Und da oben geht es Ah okay Da hinten geht es weiter Okay ich komme auch runter Ich meine Kommt jetzt gleich alle angestürmt Müssen weg hier Auf jeden Fall Weg hier Okay Oh ich glaube ich weiß wo wir sind Oh oh Es kommt die Stelle die ich mein Das ist eine so bekackte Stelle Ah hier liegt es Sieht aus als hätte schon jemand gegen sie verloren Oh Gott Wir haben diese Jungs gesucht Na da sind sie Hallo Haben sie gefunden Wir nehmen alles mit was wir finden Können wir irgendwas zusammenbauen Warte mal Da war noch mal so ein Ding zusammen Ich weiß gar nicht wann die auftauchen Ich glaube die tauchen gleich schon auf Schau dich nach nützlichen Sachen um Ich schmeiße so eine Miene da vorne hin Siehst du was Das ist dein Sack Das haben sie hier bloß gemacht Was machen wir jetzt Wir halten statt Bereit machen Jetzt wird auch Munition gefunden Es geht los Party Habt ihr gehört Party Haben noch einen mehr So Okay wir haben ihm Wir haben ihm da geholfen jetzt Ich steche eigentlich die Luft Aber gut Ist ja egal Haha So Hier kommt keiner erstmal lang Wäre nett wenn einer Irgendwann mal wieder Munition geben würde Denn irgendwann Wäre selbst das Bleib da oben Bleib da oben Okay Müssen wir halt töten Oh Das war knapp jetzt ey Wow Okay tschüss Wenn ich einfach keine Munition finde So Leute Ich werde den Partner an dieser Stelle abenden Ich weiß es ist eine scheiß Stelle Aber Im nächsten Mal machen wir weiter Bis zum nächsten Mal Und Ciao Wie geht es um